Im Leben gibt es immer wieder Veränderungen auch bei uns. Genau und deshalb stehen wir jetzt vor unserem Gustl. Ihr habt uns schon oft nach unseren E-Bikes gefragt und da steht nämlich aktuell eine Veränderung an. Und deswegen haben wir gesagt wir machen jetzt gleich mal ein E-Bike und Womo Video. Aber jetzt müssen wir erst noch unsere Alten raustun, damit wir Platz haben für die Neuen. Und dann kommen die Neuen rein und alles dazu gibt es nach dem Intro. Und dann kommen die Neuen. Und dann kommen die Neuen. Und dann haben wir das gemerkt, wie wir vorbeigefahren sind. Wir haben neue Fahrräder. Jetzt sind wir noch mobiler, weil wir haben jetzt Mobilist. Genau, ja. Und den zeigen wir euch jetzt ein bisschen, wie wir jetzt mit den Mobilisten unterwegs sind. Ja, wir müssen jetzt auch nochmal schauen, wie alles so ganz genau funktioniert. Denn die haben viel mehr Funktionen. Das ist nicht nur einfach Radfahren. Ne, aber eins kann ich euch schon sagen. Sie fahren super. Ja, genau. Das haben wir schon festgestellt. Und den Rest, den prüfen wir jetzt alles. So, jetzt können wir wenigstens mal ein bisschen fahren mit der Drohne. So ganz klappt das immer nicht. Also einige Vorteile hat das Ganze. Da sehen wir mal das Display. Das ist dann auch fest drauf. Bist du da? Ja. Das Display ist fest drauf. Die Ossi ist auch dabei. Wo ist die Ossi? Ah, hinter mir. Und die Fahrräder, die haben einige Gimmicks. Also zum Beispiel so ein Handgas-Scheiter. Und dann, wo man sich da ganz aufs Fahrrad konzentrieren kann. Indem man automatisch fährt mit so einer Cruise-Einstellung. Jetzt zum Beispiel. Jetzt brauche ich nicht reden und fahre trotzdem. Weil das Ganze ist Cruisen. Mit Dämpomat wie beim Auto. Also sind schon einige Gimmicks dabei. Und vor allen Dingen sind die Fahrräder super für Kastenwagenfahrer. Weil sich der Lenker umlegen lässt. Und damit passen die auch in die Heckgarage rein. So Ossi, wie findest du das? Gar nicht schlecht. Also mir gefällt es. Es fährt sich super toll. Also was ja da vorne ist. Das ganze, die Räder sollen 30 bis 40 Prozent stärker sein als unsere alten. Jetzt wird mir fast auf die Nase gehauen. Hat man das gesehen? Und die Ossi, wie kommt die mit der Technik zurecht? Bis jetzt war es noch nicht schwer. Ja, weil die Ossi nämlich ohne Schaltung fährt. Ohne, ohne, ohne. Nein, ich habe jetzt den ersten Gang drin. Obwohl ich hier ohne fahren könnte. Also war es die erste Unterstützungsstufe. Ja, die erste Unterstützungsstufe. Ja, die erste Unterstützungsstufe, genau. Aber die brauche ich hier jetzt überhaupt nicht. Aber einfach zum Austecht. Es fährt sich natürlich ganz leicht. Auf jeden Fall machen sie einen sehr guten Eindruck, die Fahrräder. Ja, und wisst ihr, was auch gut ist? Das hat Bremslichter. Also das heißt, wenn ich im Helle hinten nachfahre und es ihm einfällt, einfach plötzlich abrupt zu bremsen, dann rumpel ich jetzt nicht mehr auf ihn drauf. Wie viel für uns gemacht. Was auch super ist, sind die Clickpicks. Da habe ich zum Beispiel hier mein Handy drinnen. Das sieht man jetzt nur nicht richtig. Und da kann man dann sogar ein Navigationsgerät einschalten. Da müssen wir jetzt ein paar schöne Aufnahmen haben, oder? Sind schöne Aufnahmen dabei? Wer sich rausstellt, ob wir was davon gebrauchen können oder ob wir alles nochmal drehen müssen. Ja. Also wir haben die Fahrräder jetzt einmal klar ein oder zwei Stunden, oder? Ja, das ist jetzt unsere erste Probefahrt und da ist jetzt alles noch neu und aufregend. Ja. Und eins muss man auch noch dazu sagen, die Lieferzeit ist ungefähr, also wir haben jetzt Mitte Oktober, und im Moment ist Januar, Februar die Lieferzeit. So haben wir uns das sagen lassen. Ja. Also im Moment sind halt Fahrräder angesagt, das ist ganz klar. Ja. Genau. Aber wir zeigen es euch ja schon mal. Ja, genau. Aber wir zeigen es euch ja schon mal. Ja, genau. Und jetzt haben wir das Zeitpunkt, als wir in einem großen Rundstufe und dann natürlich Kilometerzahl und alles. Und für mich das Beste ist natürlich das Cruisen, ja? Ja. Ja, jetzt fährt er selber. Also ich drehe ihn jetzt nicht. Und er fährt trotzdem. Oh, weißt du, die Drohne, die verliert mich schon. So schnell bin ich unterwegs. Die Drohne verliert mich. Uiuiuiui. Was sieht er jetzt nicht auf dem Schirm? Ich hab dich nicht verstanden. Ob die Drohne jetzt nicht auf dem Schirm hat? Ja, ja, die haben jetzt gewechselt. Die haben jetzt nicht, ich hab gesagt, die Drohne hat selbst nicht gesagt, ich will den Helle nicht mehr filmen. Die schaut schöner aus als du. Eigentlich hab ich sie auf mich eingestellt. Aber die Drohnen sind halt auch launisch, ja. Und ich mag sie nicht mehr. Da unten liegt sie. Voll fett, voll auf die, was ich hab. Ja, hallo. Helmut, die ist weg! Was hast du jetzt wieder angestellt? Ja, Moment, das gibt's da. Na ja, da oben steht sie. Ah, okay. Was hast du gemacht? Nix hab ich gemacht. Wieso ist die jetzt hoch? Weiß nicht, weil sie dich verloren hat. Pass auf, dass die dir ins Wasser geht. Jetzt kannst du ja den eh landen lassen, oder? Ja. Ja. Aber dem Wasser. Haben wir euch schon gesagt, dass wir am Rhein stehen? Ich glaub ja, aber schaut mal, hier kommt ein Containerschiff. Und wir haben die erste Ausfahrt mit den neuen Rädern hinter uns gebracht. Die ist bis jetzt positiv ausgefallen, ja. Ja, aber wir zeigen schon noch ein bisschen was, oder? Ja, klar, wir zeigen euch das Rad dann schon noch richtig. Ganz ausführlich machen wir das. Ja, aber jetzt müssen wir ja erst selber mal üben. Und nicht nur üben, sondern jetzt was essen, vor allen Dingen. Mhm. Ich hab's weggeguckt dabei. Ja. Also, wir machen uns jetzt ein bisschen gemütlich, und ihr könnt euch auch mal ein Bier holen, oder was auch immer. Einen Tee, um die Jahreszeit. Einen Tee, ja. Typisch Hölle, denkt nur an Bier. Also holt euch jetzt irgendwas, und wir machen uns schnell zerfällig, und dann treffen wir uns wieder. Hier ist wunderschön, das einzig Schöne ist nicht, man kann hier nicht übernachten. Ja, wir wissen noch nicht, was wir machen. Wir müssen uns jetzt einfach ein Plätzchen suchen, wo wir dann die Nacht verbringen können. Es ist hier Halteverbot ab 22 Uhr. Bis 6 Uhr morgens. Und jetzt wissen wir nicht. Bin das noch kontrolliert? Darf man das oder nicht? Es ist verboten. Schlicht und einfach. Alles gesagt. Es ist verboten, alles gesagt. Bis morgen. Oder übermorgen. Oder irgendwann. Wir melden uns auf jeden Fall. Und dann sagen wir, wo wir geschlafen haben. Oder sonst nicht. Natürlich waren wir vernünftig. Und sind auf einen vernünftigen Stellplatz gefahren. Und das hat folgende Gründe. Also es ist wohl mit überraschend Hochwasser zu rechnen an diesem Platz. Da ist auch ein Warnschild. Und dem wollten wir uns natürlich auch nicht aussetzen. Abgesehen davon ist natürlich heiliges Verbot gewesen. Ja. Ab 22 Uhr. Aber dieses Warnschild, also selbst wenn unserer Einschätzung, unserer laienhaften Einschätzung nach keine Gefahr akut besteht für Hochwasser, so würden wir trotzdem etwas unruhiger schlafen, wenn wir da trotz Warnschild, denn das sind die Rheinauen. Also da käme dann das Wasser von beiden Seiten. Und es ist in Kehl ein wunderschöner Stellplatz. Und da hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, da stehen zu bleiben. Sondern den Stellplatz in Kehl aufzusuchen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall viel ruhiger geschlafen. Ohne Angst, dass das plötzlich Wassermassel über uns hereinbreche. Da bin ich vielleicht ein bisschen ängstlich. Ja. Und dann wollten wir jetzt noch zu den Fahrrädern abschließend sagen, warum wir eigentlich neue Fahrräder haben. Ja. Diese R&B-Bikes, die bieten einige Vorteile. Also die Räder, die wir jetzt gehabt haben, die waren nicht schlecht oder sind nicht schlecht. Ja. Aber sie haben keine Federung. Das heißt, über jeden Ast, über den wir gefahren sind, auch auf dem Fahrradweg, den haben wir direkt in unserem Rücken gespürt. Und das ist hier bei den R&B-Bikes anders. RSM heißen die doch, oder? RSM. Bei den RSM-Bikes, ja. Ja, also richtig sagen. Ja, wenn die was sie nicht hätte, ja. Tja, wie halt immer, gell? RSM. Bei den RSM-Bikes ist es so, dass die gefedert sind und zwar sowohl der Sattel als auch die Kabel gefedert. Dann haben sie den weiteren Vorteil. Das Display ist fest verbaut. Bei dem Fahrrad, was wir jetzt haben, ist das Display immer abnehmbar. Muss man immer abnehmen. Wir sehen das als Vorarl, dass man das nicht abnehmen muss. Dann kam noch der Vorteil, man kann also hier den Lenker umklappen. Was für uns jetzt eigentlich eher ein Nachteil ist, weil dadurch wird das Fahrrad etwas breiter im zerlegten Zustand und es wird dann knapp, das in die Garage einzupassen, denn die Heckgarage, diese Regale sind ja direkt für die alten Räder angepasst worden. Und jetzt fehlt da vielleicht so ein, zwei Zentimeter in der Breite. Ja, aber wenn man gleich von Anfang an das berücksichtigt, dann ist es natürlich was anderes, macht dann oben dafür etwas mehr Platz. Die Akkus sind deutlich leistungsstärker. Also wir haben das einmal nachgerechnet, 30 bis 40 Prozent mehr Power. Also erstmal von der Fahrtzeitlänge her, von den Fahrkilometern und dann natürlich auch von der Kraft. Also das heißt, wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir Burgen und Schlösser erklimmen, besser den Berg hochkommen. Ja, ja, vielleicht könnt ihr euch an das Kilheim-Video erinnern. Ja, ja. Hele hat geschoben, ich bin halt gefahren. Ja, ja. Also wir fahren mal wieder nach Kilheim und dann schauen wir, ob das tatsächlich etwas klingt. Ja. Ah, ich denke, da gibt es noch genügend Burgen, die wir ja klären müssen. Was wir auch für eine des Gimmikheiten, das ist also das Daumengas, was allerdings komplett zu bedienen nicht erlaubt ist in Deutschland. Ja. Also aber es ist eine Anfahrtshilfe. Anfahrtshilfe, ja. Das heißt, wenn man steht an der Ampel, kann man mit dem Daumengas anfahren. Selbst wenn man so einen hohen Gang eingelegt hat, dann startet der und das ist ganz praktisch. Und dann auch den Tempomat, der zwar natürlich extrem auf die Batterie geht, aber für bequeme Leute wie mich ist es dann schon mal nicht unangenehm, wenn man bei Tempo 20 nicht mehr treten braucht, sondern wenn der automatisch fährt. Ah, typisch Helle. Und sowas nennt sich sportlich. Ja, ich habe einen Fahrradargometer daheim, da brauche ich dann in meiner Freizeit nicht Auto treten. Doch, natürlich, macht doch viel mehr Spaß. So Usi, was habe ich vergessen? Bremslichter sind da, habe ich ja glaube ich schon erwähnt. Also was ich jetzt persönlich als sehr praktisch finde, auch wenn mehrere Radfahrer hintereinander herfahren und einer bremst, so ist es doch leichter zu erkennen. Und dann ist noch ein USB-Stecker für Handy und zwar am Display und am Akku. Das halten wir auch für sehr praktisch. Also am Display noch nicht überall, aber bei den meisten. Bei unserem. Ja, bei deinem. Bei mir nicht. Das ist ja sogar in der Erprobungsphase. Ja, und das ist ja extra, denke ich dann, oder? Weiß ich nicht. Ja, weiß nicht, ob das serienmäßig nachher kommt, also im Moment noch nicht. Ja, also ansonsten probieren wir die jetzt mal aus und werden im Lauf unserer Wohnmobilzeit öfters davon berichten. Aber jetzt fahren wir erst noch ein bisschen. Wir wollen jetzt hier, wir stehen ja jetzt in Kehl. Ist ja auch direkt am Rhein zur Grenze zu Frankreich. Und jetzt wollen wir noch an der Rhein runterfahren und da ein bisschen, ja, einfach genießen. Ja, da machen wir ein separates Video dazu. Es ist zwar etwas frisch, aber die Sonne scheint, ist zwar ein bisschen auch neblig. Ja, der Nebel wird eigentlich dichter, anstatt dass er weniger wird. Aber wir fahren jetzt mit der Räder. Handschuhe habe ich dabei, weil es ist nämlich schon wirklich frisch. Ach klar. Ja, also frisch. Ja. Okay, fahren wir, oder? Ja. Also machen wir so. Also bis jetzt, wir haben ja die Fahrräder jetzt das erste Wochenende. Und ich muss sagen, da ist deutlich mehr Bauer dahinter als bei unseren alten. Das merkt man schon beim ganz normalen Fahren. Uah, ich falle schon wieder fast runter. Und was vor allen Dingen ganz ideal ist, das ist die Federung. Also ich merke, dass wir fahren jetzt auf so einen Hummelweg. Und es ist viel angenehmer zu fahren, wenn hier nachgefedert wird. So, das erste Wochenende mit den neuen Fahrrädern haben wir jetzt hinter uns. Die ersten Kilometer sind gefahren. Die ersten paar Mal auf und abgebaut haben wir sie auch. Die Fahrräder sind von der Firma RSM Bike. Die werden hier in der Ordenau exklusiv für Deutschland vertrieben. Wir blenden die Webseite, die Kontakte haben natürlich ein. Also wir brauchen nicht viel dazu sagen. Uns gefällt es sehr gut, was wir vorher gesagt haben. Die Unterstützung ist extrem stärker als bei unseren anderen. Und was wir jetzt schon als hundertprozentigen Gewinn sehen, das ist, wenn man über Schlaglöcher, über Baumiste oder sonst was fährt, die Federung, die ist einfach aber ein gewissen Alter voll wert. Also ein rückenfreundlicheres Fahrrad. Wobei wir mit unseren anderen auch nicht unzufrieden waren, das müssen wir auch sagen. Aber jetzt haben wir eben umgestellt. Wenn ihr da mal in die Ordenau kommt, und es gibt auch eine Niederlassung in Hamburg, glaube ich, dann könnt ihr ja die unverbindlich mal Probe fahren und könnt euch da selber einen Eindruck machen. Wir bleiben am Ball und berichten immer wieder mal zwischendurch, wie es uns mit den neuen Fahrrädern abgeht wird. Ja. So, das war's. Wir fahren wieder heim. Ja. Und geben uns unseren Alltag hin. Obwohl, wir können jetzt wirklich noch eine Weile hier bleiben. Es ist so richtig schön warm worden. Ja, und die Sonne ist da. Das heißt, die Akkus werden auch noch umweltschonend aufgeladen. Ja. Aber wir müssen halt. Ja. Es ist halt einfach so. Man hat auch noch seine Verpflichtung. Ja, als Rentner haben wir eh keine Zeit. Außerdem sind wir noch keine Rentner. Naja. Teilrentner. Halbherentner. Oder ist ja egal. Also auf jeden Fall haben wir morgen Termine. Ja. Und deshalb fahren wir jetzt leider heim. von der Wette hat ja noch keine Ahnung und Looks. Verschneiden. Und dann lassen wir uns noch mal die Aufmerksamkeit. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Ok? Das ist ja. Ja? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Also egal, ob in schwarz, blau, rot oder silber, ich finde die Freighter schauen super aus. Und wenn man sie dann noch etwas individualisieren will, dann kann man sie auch noch mit tollen Aufklebern verfeinern. Wie ich das gemacht habe. Ob das jetzt eine Verschönerung ist, also darüber lässt sich natürlich wieder trefflich streiten. Also naja, also ich brauche das nicht auf meinem Mobilicht. So, die Räder haben natürlich auch Klickpedale, wie es alle WOMO-tauglichen Fahrräder haben sollten, die man auch übrigens nachrüsten kann für jedes Fahrrad. Und dann zu unserer Heckgarage, zu dieser Heckgaragenlösung, da haben wir unser Video-Vlog Nummer 11 dazu gedreht. Also Fahrradträger in der Heckgarage, da könnt ihr sehen, wie wir die Lösung haben einbauen lassen. Und ansonsten haben wir jetzt die Räder schon ein paar Mal benutzt. Wir haben sie jetzt seit zwei Wochen ungefähr. Und wir sind... Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Ja. Also ich finde, sie fahren sehr leicht. Es lässt sich alles problemlos handhaben. Also die Räder sind, wie ich ja schon gesagt habe, auch für Kastenwagenfahrer sehr gut geeignet, weil sich eben der Lenker nach unten umlegen lässt. Und dadurch sind die relativ niedrig oder sehr niedrig. Niedrig, ja. Und wer noch beschränktere Platz hat, der kann die Räder auch zusammenlegen. Das haben wir noch nicht gemacht. Das brauchen wir auch nicht. Und ich war immer der Meinung, dass man mit den Fahrrädern, die man zusammenklappen kann, also wo man den Rahmen in der Hälfte klappen kann, dass man bei denen etwas unstabil fährt. Das ist nicht so. Wir sind mit diesen Rädern schon den Berg runter gefahren. Und ich hatte da knappe 50 Stundenkilometer drauf. Oh, so schnell. Du bist da fast 40 fahren. Ja, 40, aber mit viel Bremsen. Und das war ganz stabil. Also es war keine Instabilität zu merken. Zwei Kritikpunkte haben wir auch. Die werden? Jetzt guckt sie. Ja, jetzt bin ich selber gespannt. Also, erstens das Schloss, muss ich sagen, die Schlüssel stecken am Schloss. Das kann ein Vorteil oder das kann ein Nachteil sein. Es gibt hier eine Schlüssellösung, da kann man dann den rüberziehen. Also beide Schlüssel müssen stecken bleiben. Hat den Vorteil, dass man sie nicht verliert während der Fahrt. Hat aber auch den Nachteil, dass man sie eben nicht abziehen kann. Also man muss die Schlüssel dann separat haben. Das kann jetzt der Vorteil sein oder der Nachteil sein, individuell. Wir waren es halt anders gewohnt in so einer Wasserumstellung. Aber es ist jetzt nur erwähnenswert. Und der zweite Nachteil ist, wenn ihr schon mal ein Neufahrzeug abgeholt habt, dann wisst ihr, dass da so gut wie kein Diesel drinnen ist. Jetzt fahren ja die Fahrräder nicht mit Diesel. Ja, aber wir haben sie abgeholt und da war so gut wie keine Luft drin. Etwas wenig, ja. Ja, aber das haben wir auch nicht in der Beschreibung gefunden. Also es ist hier, man fährt die Räder mit 3,5 bis 3,8 Bar. Eben, du meintest jetzt nicht, dass man Luft in die Räder reinmachen muss, das ist ja ganz klar. Ja, da stand nichts in der Beschreibung, sondern wie viel Bar draufkommt. Aber das war es jetzt schon mal nicht so ein Punkt. Wenn ihr die mal gefahren seid oder wenn ihr sie selber habt, würde uns eure Meinung zu den Rädern interessiert. Schreibt uns an. Wir geben auch Reklamationen oder Lob weiter. Wir testen sie jetzt weiterhin. Die bleiben jetzt unsere Begleiter. Und wir berichten immer wieder mal davon. Ach, wir zeigen sie halt dann immer wieder. Wir zeigen sie immer wieder. Wie gehabt. Wie gehabt. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir noch ein bisschen leer, oder? Weil es regnet nicht, die Sonne blinzelt ab und an hier durch. Also eigentlich ideal zum Radfahren. Wir stehen jetzt hier schon am Wald des Rand und da wollen wir jetzt reinfahren. Und deswegen haben wir jetzt schnell gesagt, da sagen wir jetzt den Schluss. Wir hoffen, das Vorstellungsvideo von einer E-Bike-Lösung im Wohnmobil hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ruhig an Daumen hoch geben. Wenn nein, dann schaltet ihr einfach ab. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mal dabei seid. Ja, also dann sagen wir jetzt einfach Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020